Die Tavern und die Passion und seine enormen Hälfte! Jetzt soll das aber gehen! Und wo sind denn alle? Der Flughafen ist leer! Wo wollt ihr hin? Nicht abhauen! Weghauen! Alle mal weghauen! Oh, da kommt ein Heli gerade runter! Ich schiebe gar nicht hoch! Ketna-Möwe hat ihm eine Nachricht gesendet. Ketna-Möwe, du bist im Spiel. Warum soll ich dir eine Anfrage schicken? Oh, fuck! Oh, fuck! Ist okay! Piss dich mit deinem Kakeli! Nein! Schieß ihn runter! Jetzt! Die Wendehöhe! Triff ihn! Oh, fuck! Ja, super! Oh, fuck! Der Wagen brennt nur! Warum steigt die alle aus? Gibt keinen Grund! Okay, jetzt vielleicht schon! Tschüss! Oh, oh! Oh, oh! Nein, nein! Geh weg! Oh, fuck! Genau! Instant-apult! Läuft! Ein scheiß Heli da oben! Du kannst es nicht mal! Oh, fuck! Nein, das war falsch! Oh, so viele Anfragen! Nächstes Mal mache ich das ein bisschen nicht so spontan! Ah! Ah! Ich brauche ein Auto! Au! Nicht zum Mitnehmen! Au! Au! So! Nebenbei, wenn ihr rausliegt, ihr könnt selber wieder ins Spiel rein! Das ist eine offene Lobby! Also, ich brauche euch nicht einladen! Das ist hier nicht privat! Irgendwie im ganzen Schreiben, da habe ich mich wieder einig und rausgeflogen! Brauche ich ja gar nicht! Hätte ich auch mal vorher sagen können im Infovideo! Aber, naja! Ich verpeile sowas immer! Erkennt mich ja! Ich brauche ein cooles Auto! Äh! Cooles Auto brauche ich! Nicht was langsames! Und wenn wir eigentlich alle hinterher, wenn ich ein Auto suche! Geht weg! Äh! Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Äh! So viel Auswahl! Äh! Den! Nein! Ah! Gut Penner! Ja! Ich kann euch leider nicht helfen, wenn da steht, politikation ist nicht erlaubt! Ich hab keine aktiviert! Das ist ein Fehler! Oder wenn ihr keine Originalversion von GTA habt, ist das auch ein Problem! Das Problem hatte ich früher! So, ich fand jetzt alle mal ins Park! Oh, Jungs! Kugel 7c, mach mal bitte deinen Speedhack aus! Bitte! Mach mal den Trainer raus! Das sieht man nämlich übelst! Schaukel! Kann man jemanden bitte vorfahren? Ich weiß nicht, wo die Schaukel ist! Aber kann mal jemanden in meinem Auto kurz mal die Schaukel markieren? Oh, make me wanna hallo, the way they do my life! Oh! Wo ist die Schaukel? Make me wanna hallo, the way they do my life! Listen to me, listen to me! Oh no, baby! Listen to me, oh! Erfolgt mir! Achso, wo ist denn der andere Bube? Der andere Bube? Wo bist du? Ach, da draußen! Okay, warte, ich komme! Äh, da! Ich komme! Fahr vor! Gib Gas! Schön, mein Reifen ist platt, warum auch immer, aber er ist platt, okay. So, jetzt antworte ich erstmal auf keine Nachrichten, jetzt fahren wir erstmal zu Schaukel. Das kommt mir da nie an, wenn ich das so weitermache. Oh! Ach ja, jetzt weiß ich auch, wo die Schaukel ist, muss ich noch weiter... Ja, ist okay, ich habe gecheckt, okay. Tschüss, ich weiß, wo die Schaukel ist, die brauche ich nicht mehr! Jetzt gezielt die Ausfahrt nehmen, gezielt die Ausfahrt nehmen, gezielt die Aus... Oh, fuck! Also zum Thema gezielt die Ausfahrt... Was zum, Hilfe! Gut gemacht! Ach, scheiße, ja. Zack, der Richtige. Er wird jetzt hier von hinten genommen. Entschuldigung. So. Kopf, flieg! Oh! Oh! Ja, toll! Scheiße! Nein, nein, nein! Fahr rückwärts! Ah, come on! Motor aus! Neues Auto, Jungs! Verpiss ich mit dem Handy! Äh, Nachrichten! So, mal kurz wieder ein bisschen. Ne, geht immer noch nicht. Ja, leider kann ich es auch nicht mehr versuchen. So. Ich brauche ein neues Auto, höp! Und da steht es doch perfekt für mich geparkt. Einsteigen! Danke. Du hast Zoom und tschüss! Was? Es ist nicht so gut, wenn man zu 20 Leuten an einer Schaukel steht, ne? Ich meine ja nur. Nicht schießen! Hört auf! Ach, ihr... Gut, da reißt sich euch alle mit in den Tod. Da reißt sich euch alle mit in den Tod. Da reißt sich euch alle mit in den Tod. Ich bin ein Hohenzwärter, das ich nicht schläge. Und dass ich zwei Kinder zu ziehen bin. Auch wenn ich... Ich hab' einen Hohenzwärter in den Tod. Ich habe eine Schaukelbeammer, wenn ich nicht die Schaukel zu ziehen bin. Und dass ich zwei Kinder zu ziehen habe kann. Auch wenn ich eine schaukelste, kann das zu tun. Und dass ich an einer Schaukel keine schauke kann sein. Es ist ein Mögel- und Schaukelbeammer. Die Schaukel sind sehr einfach. Alter, oh, sorry. Weckgesessen. Au, fuck. Zerboflax, hab ich dich abschlagen? Ich mein nur. Gut, ich kann nicht mehr fangen. Könnt mal bitte jemand hier unter der Brücke stehen und mich auffangen mit dem Auto, das wär cool. Hopp. Erstmal hier runter. Au. So, bitte stellen Sie sich gleich mal da unten unter die Gleise, bitte, dass ich hier runter kann. Genau da vorne. Genau da, wo gerade die Tundra-Mäntel. Genau. So, ein bisschen weiter nach vorne noch hier. Ein bisschen. Weiter, weiter, weiter. Stopp. Gut, passt. Ja, danke. Dankeschön. Überlebt. Yes. Nein, man nennt mich auch Professionellen Stuntman. Nicht. Hör auf zu schreien, es gibt keinen Grund. Nein. Hilfe. Ich will doch nur das Auto haben. Sag mal, warum gönnt mir das denn? Geil. Au. Spiel erstmal Pingpong mit mir. Läuft, Jungs. Läuft. Geh mal da weg da. Woa, la, 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 wow. So, weg da. Gibt Stoff. Oh, ja. Zirkoflax laufen wir auf die Motorhaube. Köter Schnauze. Ich muss mal kurz zuerst nochmal Schwung. Ach, durch hier. Ihr wollt aber auch alle sterben unbedingt. Ja, weswegen stellt man sich bitte vor dem Auto, was gleich wegfliegt. Ja, toll. Ganz toll, ganz toll. Ja, super. Jetzt brennt es auch noch. Und ich fliege nicht weg. Ja, ihr habt es echt toll drauf. Habt ihr es. Ganz super. Oh, come on. Ja, ehrlich. Jetzt hör auf mit dem Raketenwerfer, sonst klatsche ich dir gleich eine da drüben. Mann. Oder auch den Granaten, grundsätzlich einem Explosiven. Ehrlich. Besser macht es gleich weg. Ach, ist ja toll. Ja, ist okay. Ich weiß, wer es ist. Deswegen ist es ja schön, dass man ihn einfach mal kicken kann. Und tschüss. So. Hab mal Ruhe. Ich brauche ein Auto. Nee, kein Heli, ein Auto. Ist schön, dass er mit dem Heli hier jetzt... Ja, Hilfe. Nein, ich will das Auto. Lass mich. Dessen Reifensuppen übelst eingetellt sind. So, alle einsteigen, die wollen. Eine Tür ist noch frei. Danke. Ja, will ich jetzt... Ich glaube nicht. Jungs, das fährt das. Gut, dann nicht. Tschüss. Zirkoflaxo, jetzt wird dauerhaft vor die Karre. Da kann ich nichts dafür, wenn ich dich andauernd überfahre. So. Einen schönen gezielten Flug. Einen schönen gezielten Flug, sagte ich. Sag mal. Boah, kacke. Oh, was ist denn dauerhaft? Oh, was ist denn dauerhaft? Oh, was ist denn dauerhaft? Schusschenkante hoch. Alter. Scheiße. Jetzt aber. Kugel... Oh, Junge. Muss das jetzt sein, ehrlich? Noch einmal ist es weg. Ganz bitte, ich muss schnell zur Schaukel. Soll ich den Kaffee? Äh... Wie schön Thorsten als männliche Geschlechtsorgane nennen kann, das finde ich sehr schön. Ja, ich habe die Liste ja schon freigemacht, nur die ist innerhalb von zwei Minuten wieder voll gewesen, da kann ich ja da nichts für. Hallo, Sie sind der offizielle Besitzer meines Autos. Ja, ist schon voll, du kannst aufs Auto steigen, genau, jetzt lauf mit. Das war zu schnell und tschüss. Ja, genau, mhm. Ja, pfff. Darf ich mal kurz runter her, danke schön. Ähm. Wie schön, dass Kugelsen sie überhaupt nicht leckt. Okay, all right, goody hit. Au. Nein, 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 draufbleiben, nicht runterfliegen. Wartet, wartet, wir retten den Wagen. So. Puh. Tschüss. Oh, shit, nein. Au. Geh nicht hier der... Ja, also weiß ich sowas so viel, wenn ich in Tod springe, springt ihr hinterher, das ist schön. Warte, irgendwer hat mir gerade noch eine Nachricht geschickt, was ich jetzt mal ganz kurz nachgucken will. Wartet mal. Oh, ich will Nachrichten, nicht die scheiß Leute aufrufen. Ne, gut, war doch nix. Ich weiß nicht, warum du mir nicht hören kannst, ich muss das Mikro anmachen. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum du nicht draufkommst, ich kann dich aber gerne noch einmal einladen. So. Los geht's, festhalten, Aketenwirbel. Okay, dann nicht, tschüss. Türen brauchen wir nicht, sind überbewertet. Zäune aber nicht. Also. Tantibu, war das jetzt so schlau, mich quer da rein zu quetschen? Toll. Höp, läuft's, so. Ähm. Warte, gleich hab ich's. Jetzt. Danke. Ähm. Könntest du wissen, danke, tschuld. Oh. Au. Ich gehelfen? Ja, super, und tschüss. Nein, meine Schaukel. Ach. Au. Du. Der fährt noch, der brennt nur. Das sind Spezialeffekte, die sollen so. Weg da. Gib Gas. Geh. Ja, die ein Papa. Das ist gut, dass ich michjeufe. In, miei gefangt siemals um compact hier hopen. Ja. Ich geh das nicht. Das ist gut, weil ich schlaufe.